so hallo und herzlich willkommen zurück kennt das ja das spielchen hier waren kacken baus alter ich hasse diese verfickte maus alter ich habe deni ich habe deni aber es ist nicht ich nicht ich es es ich 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 Wenn ihr mich nicht sehen tut, tut es mir leid. Meine Tischlampe geht immer raus. Müsst ihr Honks hier angeschissen kommen jetzt schon am frühen Morgen? Hattest du ein Neues angefangen? Hattest du die Scheiß nicht hören von deiner Mutter nach vorne. Unser Türen ist eine Türen, nicht ihre Mann. Wie viele Küsten kommen denn immer? Uäh. Uäh. Hattest du blöde Kuh, Mann. Da hängen sie ja eh künstlich auf. Mit mehr Küsten könnte man sich sprühen würden. Aber wenn die Arschgängen schon vorher kommen, nur die Affen. Ja, ja, die Schnauze. Alter Sack. Wann kommst du denn dort trotzdem geschissen? Hm. Klopapier drin. Noch nicht mal spülen kann er, Vogel. Äh. Die Maus ist belastend, Alter. Die Maus ist belastend, Alter. Aber die Schnauze aufreißen, das sind die richtigen. Jetzt nur abwarten. Ja, mehr kann man auch nicht machen. 100 Liter. 100 Liter. Was, 100 Liter? Spür das denn. Das hast du was. Geh weg mit einer komischen Sonnenbrille. 4 Dollar für ein Raumspray. Ihr habt doch einen Arsch offen. Ich hab keine Ahnung, was die für Preise hier haben, ey. Ich war gerade drinnen. Ich bin gerade mal ein paar Sekunden draußen. Und schon ist irgendein Geist hier durchgefegt und hat Dreck hinterlassen. Gibt's ja keine Russenfilme noch. Guck mal, was war unten dort hingeschmissen, Papa? Ja. Deine Zähne noch mal putzen, Kumpel? Naja. Arschloch. Mensch. Ey, du kannst einstellen, was du willst, bei dieser verfickten Kap... Äh, äh. Scheißmaus, Mann! Ist mir egal. Wenn das dir auf 18 gestellt wird, ist mir scheißegal, weißt du? Kicke Ekingeld. Hast du gerade mit deinem Finger auf mein Gesicht gedrückt? Ist aber nicht sehr höflich. 18.02 Uhr. Ich hab' mir hoppa, oder? Abbauen. Ich will auch gerne schlafen. Du laugendante da drüben. Ich wollte gerade sagen, wenn die langsam kommen, nur du kannst du zehn Jahre warten. Wie die mal fertig ist. So, wie kostet jetzt eigentlich eine normale Toilette? War das 20 oder 30? Ne, wo treibt man nicht? Über 100 hast du weggegeben. Wann sitzt man? 20. Hab' ich doch gesagt, 20. Komfort 2. Normales Klosett-Set mit Bodenauslass. Das ist ja wohl logisch, dass da... Naja. Spiele. Ich frag' lieber nie nach. Egal. Wie man macht das? Schlafen, Feierabend. Schon dunkel genug. Schnauze voll. Wann, Johnny? Mh. 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 J정이. Und? Mh. 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 Moze. Nze. Na. Mh. Mh. schlafen sonst würde ich nicht aufs bette drücken mann immer die spieler hersteller dummen fragen hier einzubauen richtig dumm jetzt ist dunkel mal bitte nicht dann geht nicht und sehen unsere fratze nicht hier lichter an nicht an junge ich rede mit dir nicht mehr mit dem spiel hier jungmann diese kackverfickte maus alter hat mir empfindlichkeit eingestellt der muss doch besoffen gewesen sind der junge das ist nicht so schnell drehen mann 55 dollar so halt bevor wir irgendwas machen müssen wir nicht die trickung drinnen direkt ja hier ist direkt zu blödem scheißen jungs hier hallo jetzt hier deutsch du lackaffe so fett bist du nicht ich hasse diese maus da habe ich den entwickler der für die maus sensibilität dazu sanierte pfoten abpacken dass das nächste mal das richtig machen muss die weg schachtel so ist noch bestimmt immer noch nicht wo sind ihr dreck die weg boah alter der elende schwuchtel alter stelle die flasche erzählen du noch alter das raste ich gleich noch in die haus heute hat er nie kackt mehr leute willkommen in romperfümen du arschloch mach erst mal meine türippe nicht dreckig du blöder pisser alter dann kannst du dir die fresse aufreißen du schachtel hoch macht er zu hause hinaus oder was ist hier los alter ich glaube ich mein schwein fährt lambada guck mal ob die toilette verstaubt ist da ich ruppel euch gleich den arschloch bis zum steckhagen auf ey und dann immer spüren kann das ist ein klopp an der seite ja hau doch ab man hier mit gott aber gehe meine fresse du bist fertig sprühen warum spiel ich auch so nicht spieler junge zähl mir das mal was ist grün dein arsch ist grün wenn dann kein tropf geht dann ist doch kein wunder die dos ist gleich leer und wir haben doch noch einer da drinnen stehen was willst du wo ist schon der dreck ist schon der dreck hinterlassen kannst du mal spülen sag mal seid ihr so behindert oder tut ihr nur so ich glaube ihr tut nicht nur so ihr seid so behindert ja verpiss dich von meinem ding da hat das geld liegen und hat das maul und von den dita die erzählt nicht mehr mit dem raum spree oder sonst irgendwas weißt du nur die alle neuer körper wach nur die die früher angeschissen kommen habt ihr kein klo zu hause oder seid ihr so arm man war da nicht schon heute früh da ne ist ein anderer muss grad sagen oh gutes geld 70 dollar oh man 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 ja ja man wird hier trotzdem reich ist wie sony die kommen trotzdem angeschissen die idioten was ist denn das hier das ist ja schon weiß ne ist ja doof pack mal da hin ach scheiß drauf hm wir gucken gleich mal nach sicher sicher und er vergisst auch das spülen ich krieg den raller ich raste gleich aus ja ja kann aber auch nicht wahr sein vergessen das alle keine ahnung ja wir haben auch schon guckt doch nicht klopapier ist auch noch da jetzt gucken wir mal auf den auf der anderen klo noch klopapier ist das ist ja kein richtiges gameplay hier mehr das ist ja nur noch ausrasten jetzt kommt die kinder mehr also kann man schlafen gehen ach man kann man schlafen gehen wenn man möchte ja klar hau ab mag die ein reifusche sind da hinten am arsch was ist denn das sag mal oder hat den gott durch den arsch gezogen wer entwickelt denn so eine spielfigur was ist denn das mal kiffen die alle oder was ja da gibt es die schwedische tunde hier die hatten riemen durch den arsch Die Polizistin? Alter! Ey sag mal! Können wir noch in die anderen Wohnungen eingehen? Nein! Das ist gegen Diebstahl, das Spiel ja, also! Ja, ich weiß! Du Lumpf! Die Hand ist für ein Kissen! Ja, ist doch schön für die Hand! Ich bin doch gar nicht richtig da, weißt du? Dann steht schon mal da! Komfort ist beschissen! So, wir nehmen jetzt das Handy und ich rufe jetzt die Putzfrau an! Das ist mir scheißegal hier! Die 5 Dollar habe ich! Was los? Ja, Schnauze! Danke! Beschäftigung, komm ja jetzt hier! Mieten! Zahlen! Quack, quack, quack! Ich brauch keine Rechnung hier, ihr Quackhöppe! So! Essen! Jetzt kommt die Putzfrau! Ich krieg mir dieser verdammten Scheißmaus langsam so'n Ralle, Alter! Ist das jeden Tag 5 Dollar, Papa? Ich kriege das keine Rechnung hier! Ja, ich kriege das... Wie es das Ganze nicht auszutreten! Ich muss doch ein bisschen rein! Danke! Schrauben mal in der Zeit hast, und ich kriege das durch die Vierkolle mit einen Schrauben kommen! Schrauben! Wenn du mit einem Mann auch eins pullst, welche Hände sind Sie dann? Ich würde mich mal in der Zeit. Ja, dann habt ihr mich! Ich würde mich nicht! Ich würde mich so'n! Aber nur wenn wir putzen kriegen wir auch Punkte, das heißt ich kann ja dann nachher die Klos putzen. Mach jetzt! Wie? 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 PCWon es gott zwei Dinger 250! Ich bekomme es,rig kann. Putze mal, aus processors. Wohin sollten Sie sonst sein THEY? Nein, muss ich noch nicht. Spült die zu auch gleich oder was? die heimlichen sprüdingen mit dabei oder was ist los ich habe mich später gesprüht stimmt ja wo die raus waren werbeplakate da kriegen wir noch fünf dollar extra drei tage lang oder eine woche die europäische aufreden na 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 weil die schnauze hatten so deutlich los mit der krank jetzt sollte man jetzt weiß ich nicht ja komfort 1 oder bei der menner irgendwas und hat er putzt vor grad geputzt ja danke mann blöde verpickte türe da also heute regeln wenn das weitergeht mal ich gehen jetzt nicht mehr davon wo sind jetzt das komfort jetzt hier unterjagen warum das denn muss jetzt auch spielen schnauze bespulen wir schon man die spült natürlich nicht hier die putzen und wieso nicht so nächste flasche mehr hier weg anbibus du weise nur früh da weisse und damit da müssen wir alles machen 83 dollar mit schon bei 18 minuten diese langweilige machen hast du gespült ruhe diesmal hat sich spült und überhaupt reingeguckt ob der der die spült haben so papier ist noch da komisch ist kurz vor da nehmen sie sich beste schmuchteln so wir müssen also mal anfangen zwei klos zu kaufen für dahin zu stellen und dann nach und nach alles fertig zu machen das ist doch nicht mann ich bin hier im spiel mein feierabend wird es zu lang ich bin bei 20 minuten älter 20 verdammte minuten ich dann habe da kein platz drauf meiner festplatte nicht auf der festplatte cloud speicher der blöde rotz und jetzt also im cloud speicher machen müssen hier die idioten so ich wünsche euch noch was haut rein und tschüss